Wir sprechen heute über Ronda Hinson und da es ein Weihnachtsspecial ist, ist dieser Fall etwas kürzer. Keine Sorge, dafür kommen sogar mehr Fälle diesmal auf YouTube. Und wer immer noch nicht genug hat von Weihnachtsfällen, dem empfehle ich meine Crime Candle auf crimecandle.de Achtung, Werbung, könnt ihr die Crime Candle euch holen. Das ist ein eigenes Placement, weil es mein eigenes Produkt ist. Das ist etwas, was es sonst nirgendwo auf der Welt gibt, eine True Crime Rätselkerze. Eine Kerze, die ihr anzündet und entweder habt ihr das Rätsel außen, je nach Sorte. Basierend auf einem echten Kriminalfall wird hier ein echter Kriminalfall beschrieben und am Ende steht dort eine Frage. Und um den Fall zu lösen, müsst ihr entweder nachdenken oder ihr zündet die Kerze an und auf dem Grund der Kerze wartet dann die Lösung. Oder aber ihr habt direkt das Rätsel wie so eine Black Story auf dem Grund der Kerze. Ja, das sind meine Crime Candle und jetzt gibt es aktuell die Last Christmas Kerze, die nach Glühwein duftet. Und ganz, ganz toll ist das immer einer von fünf echten Kriminalfällen drauf, den ihr dann lösen sollt. Okay, und nun sprechen wir über Rhonda Hinson. Es ist der 22. Dezember 1981, als sich die 19-jährige Rhonda hasstig von ihren Eltern Bobby und Judy verabschiedet. Denn sie hat es eilig, denn an diesem Tag findet die erste Betriebsweihnachtsfeier statt, die sie besucht. Rhonda hat gerade die Highschool abgeschlossen. Sie ist begeisterte Tennisspielerin und sie hat einen großen Freundeskreis. Die 19-Jährige lebt noch bei ihren Eltern in Wall D.C. im US-Bundesstaat North Carolina. Und seit zwei Jahren hat sie einen Freund, der fürs College jedoch weggezogen ist. Im Gegensatz zu ihren anderen Freunden und Freundinnen geht Rhonda nicht aufs College, sondern sie beginnt zu arbeiten. Und sie bekommt einen Job als Büroangestellte in einem lokalen Stahlunternehmen, den ihr Betty, die Mutter ihres Freundes, besorgt hat. Betty arbeitet auch im selben Büro. Und neben der Arbeit engagiert sich Rhonda für Kinder und sie arbeitet ehrenamtlich in einer Kindertagesstätte. Aber die sonst so fröhliche und aufgeschlossene Rhonda hat sich in den Wochen und Monaten nach ihrem Highschool-Abschluss verändert. Denn sie ist oft nachdenklich, sie blockt andere Menschen ab und irgendwas scheint sie zu beschäftigen, aber niemand weiß genau was. Und auch ihre Freundinnen und ihr Freund Greg bemerken einige Wesensänderungen bei Rhonda. Obwohl sie zuvor oft alleine unterwegs war, bittet sie in dieser Zeit häufig ihren Vater, sie zu begleiten, wenn sie in die Stadt muss. Und einmal hat sie Bobby dabei gesagt, dass sie ihm etwas sagen muss, was sehr schlimm ist. Aber das hat sie am Ende doch nicht getan. Ein anderes Mal fragt sie ihre Mutter Judy etwas Seltsames, ob es in Ordnung sei, wenn man eine Beziehung zu einem verheirateten Mann hat. Und ihre Mutter antwortet ihr, dass es dabei immer jemanden gibt, der verletzt wird. Aber warum Rhonda sie das fragt, kann sie sich nicht erklären. Sie denkt zunächst daran, dass es sich um eine Freundin von Rhonda handelt, aber ja, heute ist sie sich nicht mehr so sicher. In den Wochen vor der Weihnachtsfeier leidet die 19-Jährige an Schlaflosigkeit. Manchmal liegt sie nachts wach, sie legt sich ans Fußende des Bettes ihrer Eltern, um dort zu schlafen, und außerdem duscht sie manchmal mitten in der Nacht. Und ihre Eltern denken zunächst, dass Rhondas seltsames Verhalten und ihre Angst, auf die zahlreichen Schicksalsschläge in ihrem Umkreis zurückzuführen sind. Denn zuerst starbte Rhondas Hund, danach einige ihrer ehemaligen Mitschüler und Freunde bei einem Autounfall und schließlich auch ihr Großvater. Für die Polizei ist das Verhalten von Rhonda allerdings oft ein deutliches Zeichen von Opfer von sexueller Gewalt und Vergewaltigung. Rhondas Großmutter, mit der sie ein sehr enges Verhältnis hat, erinnert sich ebenfalls an eine seltsame Bemerkung ihrer Enkelin. Als sie im September 1981 darüber sprechen, ob Rhonda einmal Greg heiraten wird, antwortet diese, Greg hat noch vier Jahre College vor sich, bis dahin bin ich wahrscheinlich schon tot. Doch ihre Großmutter Martha hält das für einen makaberen Scherz und sie weiß nicht, dass Rhonda recht behalten wird und dass ihre Enkelin nur noch wenige Wochen zu leben hat. Und auch zu ihrer Weihnachtsfeier vom Betrieb will Rhonda eigentlich nicht gehen, denn sie fühlt sich zunehmend verfolgt. Angeblich würde Gregs Mutter Betty sie ausspionieren. Und noch am 22. Dezember ruft Rhonda von der Arbeit dann bei ihren Eltern an. Ihre Eltern überreden die 19-Jährige schließlich doch hinzufahren und das ist ein Fehler, den sie bis heute bereuen. Ihre Mutter kauft ihr für den Abend neue Kleidung. Rhonda trägt einen nagelneuen Rock und ein Pullover, sie hat die Haare gestylt, sie hat Make-up aufgelegt, als sie sich am Abend von ihren Eltern verabschiedet und ihre Mutter Judy sagt dazu in einem späteren Interview folgendes. Sie sah an diesem Abend so wunderschön aus. Wir wussten nicht, dass es das letzte Mal war, dass wir uns von ihr verabschieden. Als wir sie wieder sahen, war es in einem Bestattungsinstitut. Rhonda fährt an diesem Abend mit ihrem Auto los, sie fährt zu einer Arbeitskollegin und Freundin, namens Sherry, bei der sie auch übernachten will. Und Rhonda lässt deshalb ihr Auto bei ihrer Freundin und Sherry fährt die beiden zur Weihnachtsfeier. Die Stimmung an diesem Abend ist ausgelassen, niemand bemerkt etwas Verdächtiges, ganz im Gegenteil, die 19-Jährige scheint Spaß zu haben. Kurz nach Mitternacht verlassen Rhonda und ihre Kollegin die Party und fahren zurück zum Haus von Sherry, von wo sie aus dann auch ihren Freund Greg anruft. Worum es in dem Telefonat geht, weiß niemand. Doch Rhonda ist danach beunruhigt, Greg scheint sauer auf sie zu sein und sie will dann doch nicht mehr bei Sherry schlafen und abrupt und mit Tränen in den Augen verlässt sie das Haus, so wie es Sherry später aussagt. Und es ist nicht weit bis nach Hause, sie fährt die Interstate 40 entlang und nimmt die Abfahrt Mineral Springs Mountain und von dort aus muss sie nur noch wenige hundert Meter fahren, bis sie zu Hause ist. Aber sie weiß nicht, dass an dieser Ausfahrt ihr Tod lauert. Denn Rhonda ist nicht allein. Es meldet sich später ein Zeuge, der gesehen hat, wie zwischen 0.15 Uhr und 0.30 Uhr ein blauer Chevrolet mit zwei Männern drin an der Ausfahrt steht und scheinbar auf jemanden wartet. Nur 30 Minuten, bevor Rhonda an dieser Stelle getötet wird. Um kurz vor 1 Uhr fährt Rhonda Hinson in ihrem Auto die Strecke entlang, als plötzlich ein Schuss die Stelle danach durchdringt. Jemand hat von hinten auf Rondas Wagen geschossen, das Projektil durchdringt die Heckscheibe, den Fahrersitz und durchbaut schließlich Rhondas Herz und Lunge. Und die Gerichtsmedizin ist sich später sicher, dass die 19-Jährige sofort tot gewesen sein muss. Zur gleichen Zeit schreckt ihre Mutter Judy aus dem Schlaf auf. Sie hatte einen Albtraum und sie ahnt sofort, dass irgendetwas Schreckliches passiert ist. Einige Minuten nach dem Mord fährt ein weiterer Zeuge an der Abfahrt vorbei und er sieht, dass dort ein Wagen in einen Graben gefahren ist, dass eine nach vorn gebeugte Frau im Auto sitzt und ein Mann mit dunklen Haaren und normaler Statur neben der Fahrertür steht. Aber der Zeuge denkt sich zunächst nichts dabei und vermutet, dass es sich um ein betrunkenes Paar handelt, aber er sieht auch, dass in der Nähe der Unfallstelle ein weiteres Auto steht, nämlich ein blauer Chevrolet. Dieses Auto wird auch einige Minuten später abermals gesehen, wie der Wagen von der Abfahrt Mineral Springs Mountain davon rast, bevor Rhonda Hinsons Leiche gefunden wird. Währenddessen geraten Judy und Bobby Hinson immer mehr in Sorge. Die unheimliche Vorahnung ihrer Mutter scheint sich bewahrheitet zu haben. Rhonda hat sich nach der Weihnachtsfeier nicht gemeldet, wie es eigentlich abgesprochen war, und bei Shelley ist sie ebenfalls nicht. Sie telefonieren Krankenhäuser ab und sie hören die Nachrichten im Radio, als sie dann gegen zwei Uhr von einem rätselhaften Mord ganz in ihrer Nähe hören. Sie hören sofort, dass die Tote ihre Tochter ist. Währenddessen hat bereits die Untersuchung der Polizei begonnen. Als sie zur Abfahrt gerufen werden, sieht alles zunächst so aus, als hätte es einen Autounfall gegeben. Und der Wagen steht also in einem Graben, er läuft noch, das Autoradio ist an und die Scheibe der Fahrerseite ist heruntergekurbelt. Doch neben dem Auto liegt eine Leiche. Und das ist die erschossene Rhonda Hinson. Aber genau das ist, was die Polizei verzweifeln lässt. Warum wurde Rhonda nach ihrem Tod noch einmal bewegt? Warum wurde sie nicht zusammengesunken über dem Lenkrad gefunden, so wie sie gestorben sein musste? Es beginnen sofort Ermittlungen, aber in welche Richtung die Polizei untersuchen muss, wissen sie bis heute nicht. War Rhonda ein zufälliges Opfer? War der Schuss möglicherweise auch gar kein Mord, sondern hat er sich aus Versehen gelöst? Oder kannte Rhonda sogar ihren Mörder? An der Tür des Wagens findet die Polizei Fingerabdrücke, aber in den Datenbanken gibt es keinen Treffer. Die Polizei ist sich allerdings sicher, dass sie vom Mann sterben müssen, den der Zeuge kurz nach dem Mord an ihrem Auto gesehen hat. Und dass dieser Mann auch derjenige ist, der die 19-Jährige aus ihrem Auto gehoben hat. Aber warum hat er es getan? Wenn es ein gezielter Mordanschlag war, warum nahm er in Kauf, dass er Spuren am Körper von Rhonda hinterlassen könnte oder gesehen wird? Wenn es ein Unfall war und der Mann vielleicht schauen wollte, ob sie noch lebt, warum hat er keine Hilfe geholt? Hatte er Angst bekommen? Und warum hat er sie aus dem Wagen geholt, sie dann aber liegen gelassen? Als Julie und Bobby Hinson vom Mord im Radio hören, fahren sie auch sofort zur Erfundstelle, aber sie werden wieder weggeschickt. Gegen drei Uhr in der Nacht klingelt dann schließlich die Polizei bei ihnen, die ihnen dann auch die schreckliche Nachricht überbringt, die Tote ist wirklich ihre Tochter. Und kurze Zeit später klingelt es auch bei ihrem Freund Greg. Er ist aufgelöst und er muss sich mehrmals übergeben, als er vom Verlust seiner Freundin hört. Auch wenn einige heute in Internetforen an seiner Glaubhaftigkeit zweifeln. Die Anteilnahme an ihrer Beisetzung ist riesig. Ganz wohl, dass sie in Schockstarre und es kommen hunderte Menschen zu ihrer Beerdigung, bei der Rhondas Freundinnen ihren Sarg tragen. Und nicht nur ihre Familie ist verzweifelt über eine solch scheinbar zufällige, sinnlose Tat. Aber ob der Mord wirklich so zufällig ist, daran zweifelt die Polizei bereits am Anfang ihrer Ermittlung. Bis heute sind sie überzeugt davon, dass Rhonda kein zufälliges Opfer war und sie ihren Mörder höchstwahrscheinlich kannte. Dafür spricht nämlich auch ihr seltsames Verhalten, was sie vor dem Mord gezeigt hatte. Aber was hatte sich in ihrem Leben ereignet, was sie scheinbar psychisch schwer belastet hat? Warum gab es diese angespannte Stimmung zwischen Greg und Rhonda nach der Weihnachtsfeier und kurz vor dem Mord? Und warum fühlte sich Rhonda von seiner Mutter bei der Arbeit verfolgt? Welchen Grund hätte es gegeben, dass Greg seine Freundin von seiner eigenen Mutter beschatten lässt? Gab es in Rhondas Leben vielleicht wirklich einen anderen Mann und bezog sich die Frage an ihre Mutter bezüglich eines verheirateten Mannes doch auf sie selbst? Doch würde ein 18-jähriger College-Student deshalb zum Mörder werden? Immer wieder gerät Greg in den Kreis der inoffiziellen Verdächtigen. Eine offizielle Ermittlung oder belastende Beweise gegen ihn gibt es allerdings nicht. Zwei Lügendetektortests besteht er. Oder könnte vielleicht ihr Liebhaber so weit gehen und einen Mord begehen, nur damit die Affäre nicht herauskommt? Immer wieder gibt es in der Kleinstadt nach dem Tod von Rhonda nämlich ein Gerücht. Hatte die erst 19-Jährige etwas mit dem deutlich älteren, verheirateten Revenant, Charles McDowell, Gregs Vater. Viele meinen, eine mögliche Verbindung von ihm zum Mord an Rhonda zu sehen, aber sicher ist davon nichts. Nur Judy, ihre Mutter, bestätigt, dass sich Rhonda und Gregs Vater einer Kirche oft lange unterhalten haben. Sie weiß allerdings nicht, worum es geht. Und ja, er hält auch bei Rhondas Beisatzung die Rede und als ihre Eltern den Revenant den Scheck für die Rede überreichen wollen, lehnt er diesen ab und fährt sie an, warum sie ihn überhaupt engagiert haben. Nur wenige Wochen nach Rhonda Hinsons Tod verlassen er und seine Familie außerdem die Stadt. Ja, aber das sind nur Spekulationen, handfeste Beweise gibt es für die Familie Hinsen bis heute nicht. Immer wieder gibt es neue Erkenntnisse, zum Beispiel wurde vor einigen Jahren DNA am Pullover von Rhonda sichergestellt, aber niemandem der Verdächtigen kann sie zugeordnet werden und es gibt keine Übereinstimmung in der Datenbank. Es sind immer wieder kleine Hoffnungsschimmer, in denen sich ihre Familie hochzieht, aber umso tiefer ist der Fall, wenn es doch keinen bahnbrechenden Durchbruch gibt. Judy Hinson ist mittlerweile weit über 70 Jahre alt, aber bis zu ihrem Tod will sie um die Aufklärung des Mordes an ihrer Tochter kämpfen. Sie sagt, ich werde niemals aufgeben, jemand da draußen weiß etwas.